Hamburg verbietet weiter pauschal alle PAO-palästinensischen Demos Hamburg – pro-palästinensische Demonstrationen bleiben in Hamburg weiter verboten Die zur Polizei gehörende Versammlungsbehörde hat die Allgemeinverfügung vom 15. Oktober bis einschließlich Sonntag, den 5. November, verlängert, hieß es am Mittwochnachmittag in einer Mitteilung. Betroffen davon sind laut Text alle Versammlungen, die inhaltlich einen Bezug zur Unterstützung der Hamas oder deren Angriffe auf das Staatsgebiet Israels aufweisen. Am 7. Oktober hatten islamistische Hamas-Terroristen mindestens 1.400 Menschen in Israel getötet, 4.100 verletzt und 220 weitere als Geiseln genommen und verschleppt. Danach begann die israelische Armee als Akt der Selbstverteidigung mit heftigen Bombardements auf den Gaza-Streifen. Dort gab es tausende Tote. Die Betroffenheit über die Opfer ist groß und offenbar leider auch der Hass auf Israel. Da die Versammlungsbehörde mit der Begehung einer erheblichen Anzahl von Straftaten in Zusammenhang mit Kundgebung rechnet, wird von der Allgemeinverfügung Gebrauch gemacht. Diese wurde bereits viermal zuvor verlängert. Trotzdem kam es seitdem zu pro-palästinensischen Demonstrationen in Hamburg. Erst am Samstag eskalierte eine unangemeldete Kundgebung mit rund 500 Teilnehmern im Stadtteil St. Georg. Flaschen und Steine flogen auf Polizisten. Flaschen und Steine flogen auf die